Wenn ich so bleibe mit dem Skill her oder auch noch ein bisschen besser werde, dann würde ich sogar sagen, könnte ich mal Streams machen. Man kann ja dann auch in Streams selber dann so sagen, ja komm mach jetzt das und das, nenn jetzt die und die Bilder und guck, ob du die irgendwie verwursten kannst. Schick mir die und die Bilder und dann füge ich die da ein, was willst du da haben, so dies, das. Man kann da richtig coole Sachen, glaube ich, mitmachen. Yo Leute, willkommen zurück zu dem etwa einmonatlichen Update Video, ja. Auf jeden Fall, ich möchte euch jetzt zeigen, was ich so diesen Monat getan habe und ich muss sagen, ich habe diesen Monat durchgeballert für meine Verhältnisse, ja. So, und diesmal nämlich ist auch mit OBS auf, ja, damit ich den Bildschirm nicht immer so abfilmen muss. Also hier sieht man schon so einen kleinen Overview, ja, in Photoshop, was ich hier so ein bisschen getätigt habe, ja. Das ist nicht geil, alles, ja. Ich muss übrigens sagen, ja, ich habe mir jetzt und falls irgendjemand da draußen, der hier das gerade schaut, auch am Überlegen ist, da irgendwie in Photoshop tätig zu sein, ja, holt euch ein Grafiktablet, ja. Auch wenn ihr nicht zeichnen könnt. Ja, ich habe das von Gaomon mit Rabattgutschein von irgendwelchen Videos, die ich mir da angeguckt habe, für knapp über 55 Euro. Kann man auf jeden Fall nicht schmeckern, ja, ist ganz geil. Und damit macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß und man kommt auch auf jeden Fall sehr viel weiter damit, weil es einfach viel präziser ist und alles. So, auf jeden Fall. Was habe ich das Erste, was war das Erste, was ich diesen Monat getan habe? Ich glaube, so ziemlich das Erste war ein Rasengan, ja. Für die Leute, die Naruto geguckt haben, habe ich halt versucht, ein bisschen Rasengan zu machen, damit ich dann den hier machen kann. Hm. Ist jetzt nicht so optimal, ja. Aber ich meine, ich wollte mal was so derartmäßiges versuchen. Ich habe jetzt übrigens auch vor dem Mai-Monat, ja, mich dem Zeichnen ein bisschen zu widmen, weil ich möchte auch gerne mal Animationen machen. Mal schauen, ob das irgendwas wird. Ich hoffe übrigens, der Ton wird aufgenommen, weil ich nehme den Ton immer die Kamera auf und nicht immer ein Mikrofon. So, ja, da ist halt wieder die Schwierigkeit mit dem Licht und alles, mit Licht und Schattensätzen, da habe ich noch so meine Problemchen. Dann habe ich den hier gemacht. Girl Balloon, habe ich es genannt, ja. Mit dem Hintergrund bin ich wieder nicht einverstanden, so wirklich, ja. Aber, ja, ich bin immer so, 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 so komisch, was hier, wie heißt das, ähm, Hintergründe angeht bei solchen Sachen. Weil ich meine, wenn es vorne schwarz ist, dann muss es ja im Hintergrund irgendwie heller sein, aber irgendwie, ne. Hier, ja, Shooting Star, ja. Tutorials, Tutorials machen, alles. Wunderschön, ja. Ich wüsste jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, wie ich den gemacht habe. Ich weiß noch ansatzweise, wie ich den gemacht habe. Mit irgendwie hier so, 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 so einen Punkt setzen. Und dann hier den hier nehmen und dann, äh, 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 und dann irgendwie, keine Ahnung, geht es so weiter. Naja. Dann habe ich ein Video gesehen, ja, zu sowas. Ja, aber da, es gibt so ein Dingensier, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Ich habe jetzt gerade übrigens, äh, den, das Grafiktablet nicht angeschlossen. Deswegen muss ich hier ja wieder alles mit der Maus machen. Ja, wie, wie ging das nochmal? Nein. Äh, 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 so, nein, äh, so, weiß ich nicht mehr. So ein Content Aware Ding, ja, hier, wie heißt das, so, 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 irgendein Füllen, was, wie finde ich das jetzt hier gerade auf der Schnelle? Nein, egal. Was dann quasi, woher das Programm dann quasi sagt, ja, das sieht so und so aus, die Umgebung davon sieht so und so aus und wir gleichen das daran jetzt an. Das Programm rechnet dann quasi die Pixel raus. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht. Ja, wenn dann bin ich zu doof dafür oder ich weiß es auch nicht. Aber das ist nicht so geil wegen hier, das kriege ich da irgendwie nicht weg und das hier ist irgendwie eklig, äh, es Hulle, ja. Und das Bild ist verpixelt wie so ein, weiß ich nicht. Ist auch irgendwie ein schlecht auflösendes Bild. Aber naja, dann habe ich mal sowas versucht, ja. Äh, das war ja so ein Bild und ich dachte mal, komm, ich würde, aber dazu kommt gleich noch was Besseres, ja. Und ihr wisst ja, alles was ihr hier seht, ja, kann man auch auf Instagram sehen, ja, beziehungsweise das meiste. Und, ja, da habe ich gedacht, komm, aber irgendwie perspektivisch und so alles, also ich meine, das passt, aber da habe ich irgendwie die Einstellung so ein bisschen verkackt und dann, äh, nee, das war nicht geil. Dann war das hier mein erster Versuch mit Grafik-Tablet, ja. Da habe ich mir hier diese wunderschönen kleinen Pokemons rausgesucht und dann habe ich mal geguckt, komm, wie kann ich das zeichnen? Und mit so einem normalen Brush ist das echt hässlich. Echt hässlich, echt hässlich. Aber dann habe ich mir so ein paar Brush-Pakete runtergeladen, da ist so ein Bleistift-Dings dabei und damit geht das richtig gut. Dazu kann ich gleich auch nochmal was zeigen, obwohl ich jetzt nicht kann. Ich denke an, ich kann nicht zeichnen, das ist alles nur abgepaust, so, ja. Aber, äh, ja, dann habe ich mich mal mit einem Kollegen getroffen, ja, und der hat mir etwas vom Matte-Painting erzählt. Oder Matte-Painting, keine Ahnung, wie man das denn aussprechen soll. Und da muss ich erstmal was von weg machen, weil das ist mega peinlich. Warte hier, so. Ja, das ist zwar kein Matte-Painting, so. Weil Matte-Painting, das ist, man hat Bilder und man malt. Also man malt quasi, ja, zum Beispiel so eine Landschaft, so, wunderschön. Und dann nimmt man zum Beispiel die Texturen eines Bildes von einem Berg zum Beispiel. Und dann setzt man es da ein. Und dann verfolgt man es so, wie man es gezeichnet hat quasi. Und dann kann man da nochmal drüber malen und alles. Und das sieht dann mehr oder weniger realistisch aus. Und dann kann man da richtig geilen Shit damit machen. Boah, aber ich kann halt nicht malen so, ja, nicht wirklich. Deswegen versuche ich mich da gerade ein bisschen, oder möchte mich da jetzt ein bisschen dran versuchen. Dazu kann ich gleich auch etwas zeigen, was ich ein bisschen versucht habe, ja. Aber noch lange nicht fertig ist, weil das dauert immer ein paar Stunden. Und ja, hier wollte ich noch so ein bisschen, wo ist das hier, Nebel. So, aber irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde das Bild so eigentlich ganz cool. Da fehlt zwar noch was, ja. Da fehlt zwar noch was, ein bisschen hier auf dem Berg. Ich habe da hier noch ein paar Treppen eingefügt, aber das ist richtig eklig geworden. So gut bin ich dann doch noch nicht. Ich meine, ich bin generell nicht gut, aber I'm just saying. Ich bin ein Daumen. So, und das hier ist wieder so ein, ich liebe ja diese, diese, diese Silhouettenbilder quasi, wo halt alles, was man halt so zeigen möchte, in dem Sinne schwarz ist. Und dann nur noch der Hintergrund. Wie gesagt, habe ich bei solchen Bildern immer Probleme mit dem Hintergrund. Deswegen weiß ich nicht, was ich da alles in den Grund machen soll. Aber auf jeden Fall finde ich das so eigentlich ganz cool. Hier unten hätte ich gerne noch was anderes gehabt, so ein bisschen, ja. Hier ist ein Kiddo. Also hier habe ich quasi alles, also die Insel ist alleine, die Frau ist alleine, der Kind ist einzeln, dieses Reifending ist einzeln, der Baum ist einzeln, die Vögel, die Bäume, alles einzeln, also eingefuckt, ja. Ja, da ein bisschen, ja, wie Imagination spielen lassen, ja, wie ich jetzt gerne sage. So, und dann habe ich hier nochmal ein Compositing gemacht, ja, wo ich mich gerne ein bisschen mehr reinfuchsen möchte, weil ich habe jetzt auch vor, ja, die Bilder, die ich shoote, ja, bei dem wäre dann muss ich auch wieder shooten gehen, mit dieser Kamera auf Composites auszulegen. Das heißt, man hat, das kann ich gleich nochmal besser zeigen, aber so ein Bild, dann hat man hier nochmal irgendwie so ein Bild, ja, und dann fügt man die zusammen, so, als wenn es aussieht, als hätte man das Bild so gemacht, obwohl das gar keinen Sinn ergeben würde, quasi. Und dann habe ich etwas versucht, ja, weil mein Problem ist tatsächlich, die Farben anpassen, die Belichtung anpassen, deswegen habe ich versucht, komm, ich versuche mal ein Bild von mir da irgendwie am Hintergrund anzupassen, es war immer noch nicht ganz so geil, ich habe mir da auch ein paar Tutorials angeguckt, wo die da richtig krassen Scheiß machen für meine Fernnisse, aber irgendwie komme ich damit nicht da. So, und das hier ist nochmal ein Composite, ja, Compositing, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt jetzt, aber, also Compositing, wie gesagt, sind halt Bilder, die man halt unterschiedlich aufgenommen hat, zu unterschiedlichen Zeiten, aber zusammen zu einem Bild verpackt. Und hier war das quasi, das ist halt nur, ja, denkt euch jetzt einfach, ich finde jetzt hier die ganzen Layer nicht, ja, ungefähr so, nein, das war falsch, so, ungefähr, ja, dieser Qualmier kam noch weg. Normales Bild, wo so ein Typ eine Kerze hält, da habe ich die Kerze weggemacht, ein Haus rein und so, dass dann das Haus brennt, so, ja, ja, und das ist das Bild. Und wenn das perspektivisch alles passt, dann sieht das ganz geil aus. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, obwohl die Perspektive nicht hundertprozentig passt, glaube ich. Wie gesagt, da sind noch ein bisschen meine Schwierigkeiten, da muss ich halt auch ein bisschen üben. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Ist echt ganz schick geworden von der Belichtung und alles. Ich meine, ich musste hier nichts nachbelichten, weil das schon alles fertig war. So, ja, deswegen, ich habe hier einfach die paar Sachen da drauf geflascht und dann dachte ich so, damn, das sieht irgendwie gut aus, obwohl ich kaum was gemacht habe. Und hier war nochmal so ein jämmerlicher Versuch, ja, wobei ich sagen muss, ja, abgesehen davon, dass hier das richtig scheiße ist, muss ich sagen, habe ich den Typen doch recht gut auf den Hintergrund angepasst gekriegt, oder an den Hintergrund, den Drachen eher weniger, aber da legen wir jetzt mal keinen Fokus drauf. So, ich muss mal gucken. So, ungefähr so sah der Typ vorher aus. So sah der Typ vorher aus. Und ja, mit den ganzen Sachen aktiv sind er da ungefähr so aus und passt relativ gut in den Hintergrund, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt jemand dafür interessiert, weil sich gerade da. Aber, aber, dann kommen wir jetzt zu dem Matt-Painting-Versuch, ja. Ich weiß, es sieht alles noch kacke aus, weil ich meine, es ist noch alles so am Anfang, ja. Hier sieht man so ein bisschen das, was ich so vorhatte, hier so eine kleine Straße. Und wie gesagt, hier ist eigentlich kaum was gemalt. Ja, dann hier so ein Berg, den ich auch nicht selber gemacht habe, sondern einfach ausgeschnitten. Dann hier, das, was ich hier bei dem Bild gemacht habe, ist zu versuchen, hier diese Berge eismäßig wirken zu lassen. Ich weiß nicht, warum eismäßig, aber wo sieht man es? Hier, so sah dieser Berg vorher aus und so irgendwie nachher. Obwohl, ich finde, das sieht noch nicht so wirklich geil aus. Dann muss ich, hier sieht man auch, wie ich es vorhatte, ungefähr, wie das aussehen soll am Ende. Obwohl ich jetzt hier gerade gucke, so hier. So, ich finde, das ist gar nicht mal so unglaublich scheiße geworden. Ja, dieser Berg hier. Hier. Kann man machen, ist um Länge nicht perfekt so, ja, aber für einen ersten Versuch kann man das mal machen. Und dann habe ich den hier gemacht, einfach weil ich gesehen habe, dass, äh, ich lasse mich eigentlich meistens von Tutorials inspirieren, weil ich selber keine, äh, weil ich selber dumm bin. Ja, einfach, dass man quasi das Bild, was man eigentlich hat, spiegelt. Nein. Wo ist das denn? Hilfe. Äh, hier. So, man hatte eigentlich nur dieses Bild gehabt. So, ja. Und dann dachte ich so, damn, spiegelt das. Und dann sieht das so aus, es wäre quasi da irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, irgendwie was Cooles. Dann habe ich noch dieses jammeliche Ding versucht. Das darf ich keinem sagen. Ähm, ja, Perspektive von den Flügeln auch wieder richtig schön verkackt. Was ich hier versucht habe, ich weiß auch nicht, ja. Der true namenloses Berg, ja. Der Hintergrund irgendwie ist auch Müll, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich, also ich weiß schon, was ich versucht habe da zu machen, ja, aber... Ich glaube, Ansätze sind da, ja, aber da fehlen noch einiges. Dann kommt hier noch als vorletztes ein Zeichenversuch, ja. Was ich jetzt vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, glaube ich, gemacht habe, hier mit... Ori and the Blind Forest, ja. Ori and the Blind Forest. Ja, einfach hier so einen Versuch nachzuseichnen. Sieht zwar kacke aus als Shit, ja, aber... Was wir mal erwarten, ist an einem Grafik-Tablet, ja. Und... Ja. Ich übe ein bisschen, ich übe ein bisschen. Und dann sieht es vielleicht am Ende des Monats ein bisschen anders aus. Hier haben wir noch den Typen von Hollow Knight, ja, weil ich gerade am Spielen bin. Superspiel, Superspiel, ja. Und das finde ich schon, sieht besser aus. Ich habe das jetzt hier auch... Ich habe mir übrigens hier so einen coolen Stift geholt, ja. Mit so einer... Fokussiert der? Müsst ihr da fokussieren? Ja. Mit so einer komischen Mine. Das sieht man jetzt gerade nicht, ich müsste das rausschauen, wo man so die Mine nachdrücken kann. Richtig cool. Damit ich auch in real life zeichnen kann, ja. Besser vielleicht, weiß ich nicht. Und, ja, deshalb habe ich dann ein paar Mal gemacht. So, ja, dann hatten wir ja auch noch diese coole Pose. Ich finde die Pose so cool. Da habe ich das noch mit einem normalen Brush gemacht und dann habe ich auf einmal gesehen, oh, ich habe ja einen Pencil Brush, so einen Bleistift Brush, ja. Die Augen sehen immer noch ein bisschen verwurzelt aus. Aber dann kommt jetzt, ja, das Compositing, ja. Was ich am besten finde, was ich bisher gemacht habe. Nämlich letzten Abend, ja. Und das ist dieses wunderschöne Ding. Dieses wunderschöne Ding. Ich finde das echt ganz cool. Also, ich bin da für mich persönlich recht stolz drauf, ja. Auch nicht 100% perfekt. Hier, die Lichter hätten vielleicht noch ein bisschen blauer sein können, wie man hier jetzt bei diesen Dingen hier sieht. Ja, ich hoffe, die Maus wird überhaupt mit aufgenommen. Ansonsten ist er so sehr, ja, mit hat er nicht aufgenommen. Das ist ja alles Koppels gewesen. Ja, okay. Und wie sah das Ding aus? Ja, man hatte erst... Was hatte man? Man hatte... Den hier. Man hatte dieses Bild, also ohne diese Frau da. Kann man ja auch nochmal wegmachen. Warte. Nein. So wollte ich jetzt sagen. So. Man hat das, ja. Dann habe ich diesen Hintergrund ausgeschnitten und diesen Hintergrund reingeklatscht. Ja, dann dachte ich, hm. Beziehungsweise, erst wollte ich irgendwas Rötliches im Hintergrund haben, weil das hier halt rot ist. Dann dachte ich, hm. Ich kann ja die Farbe auch ändern, ja. Und dann habe ich halt die Farbe geändert zu blau und dann diesen Hintergrund da reingeklatscht. Dann dachte ich so, da hier. Was ist das? Okay, das sind Schatten. Dann habe ich gesucht, so, ja, irgendwie ist das noch langweilig. Ich lasse doch irgendwie so Menschen da reinlaufen, ja. Dann habe ich dieses Bild gefunden. Obwohl das farblich noch ein bisschen anders aussah. Ich habe hier Color Balance reingeworfen und das wird dann direkt auf das Bild angewendet, ohne so eine nachfolgende Ebene. Deswegen kann ich das nicht deaktivieren. Und dann habe ich halt diese Frau da ausgeschnitten. Platziert. Und dann dachte ich so, damn, irgendwie. Und dann hier so ein bisschen schattenmäßig. Also, hm. Ja, hier habe ich gar nicht schlecht aus. Nur hier diese Farbe, diese Frau hier ist noch irgendwie ein bisschen zu blau im Gegensatz zu diesem Hintergrund. Dann habe ich hier geguckt, 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 geguckt. Irgendwie so 20 Millionen tausend Sachen da reingeworfen. Und, was ist das? Achso, das ist, okay. So, und dann war es auch relativ fertig. Dann dachte ich, hm. Ich habe es schon exportiert und dann dachte ich so, damn, ich bin fertig. Und dann dachte ich, nee, ich habe doch mal einen Trick gesehen, ja. Nimm einfach hier so eine... Oder auch nicht. Nimm es aber nicht. Ist auch geil. Ähm. So. Ich habe es oft nochmal gemacht. So. Nimm doch so eine Farbe, ja. Dann mach die Deckkraft runter. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich das hatte. Und dann, nehm, guck doch hier so ein bisschen rum, ja. Das sind die Blending Modes, so. Also wie diese Ebene halt auf die Ebenen darunter wirkt. Also wie als würdest du ein Blatt drauflegen und dann die, äh, dann halt gucken. Ja, das ist jetzt so und so durchsichtig oder so und so nicht durchsichtig. Oder diese Farbe von dem Blatt macht jetzt das mit dem Bild da drunter. Und, ja. Und dann habe ich hier ein bisschen durchgeguckt und ich weiß auch nicht mehr, was ich hatte. Das ist eigentlich noch ganz cool aus. Und dann, damit das alles so eine einheitlichere Farbe hat, ja. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich hatte. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich hatte. Aber, ja, so kann man dann halt ein bisschen... Hatte ich das? Ich glaube, ich hatte das. Und, ja. So ist es dann fertig geworden und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Kannst man natürlich noch ein bisschen besser sein, aber ja. So, und das war so ziemlich alles, was ich gemacht habe. Ja, diesen Monat. Da hatte ich natürlich noch ein paar Bilder hier. Weil ich muss sagen, ich kann ja hier jetzt... Ich bin ja sowieso gerade im Flow, ja. Schon 20 Minuten nehme ich auf. What the fuck. Weil ich muss halt sagen, ja. Also ich meine so schön, wie diese Bilder hier auch alle sind, ja. Die ich so wunderschön getaggt habe. Auf Instagram. Tobi da auch natürlich zu sehen. Oder zum Beispiel... Das hier ist, naja, so, ne. Oder... Was fand ich noch ganz schick. Das hier. Ist zwar auch nicht hundertprozentig, ja. Aber so schön diese Bilder auch sind, mehr oder weniger, ja. So langweilig sind sie auch irgendwie. Weil seitdem ich da so gesehen habe mit diesem Composite so, das ist irgendwie viel cooler, ja. Man nimmt einfach ein paar mehr Bilder auf in dem Sinne, auch random Bilder irgendwie was. Und dann guckt man, was passt. Und dann machen wir einfach einen richtig geilen Scheiß draus. Weil, man kann sagen, dieses Bild, ja, ist jetzt, egal wie es jetzt belichtet ist oder sonst was, viel geiler von dem, was passiert, als jetzt das hier oder das hier, ja. Oder auch einfach hier, das hier, das bin ich, ich bin süß, ne. Ja, alles danke. Ja, und, ja, deswegen, ich möchte jetzt mal den Fokus mehr so darauf legen. Und hier, ich glaube, das war es dann auch. Ja, mit diesem wunderschönen Video. Ich habe die Länge jetzt einfach mehr als verdoppelt, glaube ich, zum letzten Update Video. Aber auch, weil ich, glaube ich, mehr als das Doppelte getan habe, als im letzten Monat. Ja. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch mehr von solchen Sachen sehen wollt, beziehungsweise auch eventuell mal Streams, weil ich habe vor, weil wenn ich so bleibe mit dem Skill her, oder auch noch ein bisschen besser werde, dann würde ich sogar sagen, könnte ich mal Streams machen, ja. Weil ich habe alte Megabock auf Streams, so von solchen Sachen. Und, ja, wenn ihr auch irgendwelche Tipps für mich habt, ja. Falls ihr da irgendwie doch mal selber irgendwie ein bisschen tätig seid, oder. Man kann ja dann auch in Streams, ja. selber dann so sagen, ja komm, mach jetzt das und das. Nenn jetzt die und die Bilder und guck, ob du die irgendwie verwursten kannst. Schick mir die und die Bilder und dann füge ich die da ein. Was willst du da haben? So dies, das. Man kann da richtig coole Sachen, glaube ich, mitmachen. Wenn da mehr als nur zwei Leute zugucken. Naja. Dann machen wir nichts. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Macht's gut. Schön mit dir. Schön mit Haar. Hippipp, Hura. Schön mit Haar. Schön mit Haar. Vielen Dank.